Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kleinen Regelerklärung und einem kleinen Review zum Spiel Wuhu. Auf geht's! Bevor wir zu meinem Fazit kommen, wie mir das Spiel gefallen hat, möchte ich euch das Spiel einmal kurz erklären. Ich habe das Spiel für drei Spiele aufgebaut. Auf geht's! Legt den Spielplan in die Mitte des Tisches. Legt die drei Geistertotems auf ihre Plätze. Misch die Einwohnerkarten und deckt drei Karten als offene Auslage neben der Küstenregion auf. Nehmt zufällig drei Geisteraltäre mit einer beliebigen Seite und legt die entsprechenden Tributkarten als gemischte Stapel bereit. Misch die ältesten Karten und Waldkarten und legt diese als verdeckte Stapel bereit. Wählt zufällig zehn Dekrete und legt diese als verdeckten Stapel in die Mitte des Spielplans. Legt außerdem die Ressourcen Lehm, Palmen und Ebenholz bereit. Jeder Spieler bekommt ein Schiffstableau. Fünf Abgesandte mit den Werten 1 bis 5 in der jeweiligen Spielerfarbe. Ein Segelboot, welches lediglich die Spielerfarbe anzeigt und sonst keinen Nutzen besitzt. Ein Ansehenszähler, den ihr auf den Wert 0 der Ansehensleiste legt. Und zwei Fischzähler, von denen einer auf den Wert 3 gelegt wird. Der andere kommt neben euer Tableau und wird nur genutzt, falls ihr anzeigen müsst, dass ihr mehr als zehn Fische habt. Wählt zuletzt einen Startspieler. Dieser bekommt den Startspielermarker und setzt seine Startfische wieder auf den Wert 0. Das Spiel wird über fünf Runden gespielt. Wer am Ende die meisten Ansehenspunkte hat, gewinnt. Punkte können teilweise während der Partie, aber auch am Ende der Partie gemacht werden. Jede Runde besteht aus fünf Phasen, die immer komplett durchlaufen werden. Diese Phasen sind Morgengrauen, Morgen, Mittag, Nachmittag und Abenddämmerung. In Phase 1, dem Morgengrauen, werden zwei neue Dekrete aufgedeckt und in die jeweilige Region oder neben eine der Altäre platziert. Außerdem werden so viele Waldkarten aufgedeckt, wie Spieler mitspielen. Übrig gebliebene Waldkarten aus der letzten Runde werden vorher abgeworfen. In Phase 2, dem Morgen, setzen die Spieler beginnend mit dem Startspieler reihum genau einen ihrer abgesandten Marker verdeckt auf den Spielplan in eine der vier Regionen ein. Das wird so lange gemacht, bis jeder Spieler nur noch einen Marker übrig hat. Es ist erlaubt, mehrere Marker auf einer Region zu haben. Wichtig, haltet die Zahlen der abgesandten Marker immer geheim vor euren Mitspielern. In Phase 3, dem Mittag, decken alle Spieler ihren übrig gebliebenen Marker auf und erhöhen entsprechend der Zahl auf dem Marker ihren Fischwert. In Phase 4, dem Nachmittag, werden nun die vier Regionen ausgewertet und jeder Spieler darf in jeder Region, in der er mit mindestens einem Marker vertreten ist, genau eine Aktion durchführen. Beginnend mit dem Wald drehen alle Spieler ihre Marker in dieser Region um und die Summe der Zahlen auf den Markern pro Spieler bestimmt nun die Aktionsreihenfolge. Je höher der Wert, desto früher ist der Spieler an der Reihe. Gleichstände werden im Uhrzeigersinn vom Startspieler ausgebrochen. Der Spieler mit dem höchsten Wert bekommt außerdem das zur Region gehörende Geistertotem oder einen Punkt für den See, falls ein Dekret in der Region liegt, den Bonus des Dekrets. So werden beginnend mit dem Wald im Uhrzeigersinn alle vier Regionen abgehandelt. Wichtig, jeder Spieler darf maximal eine Aktion machen, auch wenn er mehrere Marker in der Region hatte. Ist ein Spieler an der Reihe, eine Aktion zu machen, wählt er noch einen freien Aktionsslot und legt alle seine Marker in der Region darauf. Anschließend führt er die Aktion aus. Im Wald sind alle Aktionsfelder gleichwertig. Je früher ein Spieler an der Reihe ist, desto größer ist allerdings die Auswahl der Waldkarten. Die Waldaktion ist dementsprechend simpel. Die Spieler nehmen sich eine Waldkarte und die darauf abgebildeten Ressourcen. Achtet dabei auf die Oderstriche auf den Waldkarten. An der Küste können Einwohner angeheuert werden. Je nachdem, welcher Aktionsslot gewählt wird, können eine oder mehrere Bewohner angeheuert werden oder die Auslage ausgetauscht werden. Die Aktionen können dabei in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Das Anheuern der Bewohner kostet die auf der Karte oben rechts abgebildete Anzahl an Fischen und es wird nach dem Anheuern immer direkt ein neuer Bewohner aufgedeckt und in die Auslage gelegt. Die Bewohner werden nach dem Anheuern senkrecht in die eigene Auslage gelegt. Im Dorf können je nach ausgewählten Aktionsslot eine oder mehrere Bewohner aktiviert werden. Bewohner können sofort Boni oder permanente Boni geben, die bis zum Rundenende wirken. Wird ein Bewohner aktiviert, könnt ihr das dadurch anzeigen, dass ihr die Karte um 90 Grad dreht. Jeder Bewohner kann pro Runde maximal einmal aktiviert werden. Manche Felder am Dorf geben zusätzlich noch Fische. Im Heiligen See können die Spieler mit ihrer Aktion entweder einem oder zwei der drei Geister huldigen, indem sie die auf den Altären gezeigten Ressourcen abgeben. Als Belohnung können sie eine Punktekarte ziehen, die am Spielende noch Punkte bringt. Der Punktewert kann dabei variieren. Liegt ein Dekret neben einem Altar, bekommen die Spieler den Bonus des Dekrets, falls sie dem entsprechenden Geist huldigen. Außerdem können die Karten der Ältesten gezogen werden. Das sind Karten mit verschiedenen Zielen, die bis zum Spielende erreicht werden können, um weitere Punkte zu erlangen. Die Spieler ziehen immer zwei ältesten Karten und legen eine ihrer Karten, egal ob neu oder bereits vorhanden, ab. Zuletzt können die Spieler sich mit einer Aktion den Startspielermarker holen. In Phase 5 der Abenddämmerung wird die neue Runde vorbereitet, in dem alle Dekrete abgeworfen werden, alle Abgesandten zurückgenommen werden und die Bewohner wieder senkrecht gedreht werden. Sollte es die fünfte Runde gewesen sein, geht es zur Endwertung über. In der Endwertung gibt es noch Punkte für alle Karten, die ihr durch das Huldigen bekommen habt und Punkte für die Zielkarten, die ihr erreicht habt. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Buu ist ein schönes Familienspiel für ein bis vier Spieler mit einfachen Mechanismen, einem schönen Spielflow und zumindest in der Deluxe-Variante wirklich außerordentlich tollen Komponenten. Thematisch muss ich sagen, haut mich das Spiel tatsächlich nicht so um. Wir sind mal wieder irgendein Abgesandter eines mächtigen Königreiches und versuchen unserem Herrscher dazu zu verhelfen, noch mehr Macht zu erlangen. Und da schrecken wir auch nicht davor zurück, uns die Insel Buu einzuverleiben und die dortigen Bewohner zu überzeugen. Naja, die Aktionen in dem Spiel sind sehr simpel, sehr klar, sehr einfach. Eigentlich heißt die Devise immer, wir wollen Ressourcen sammeln und auf der anderen Seite wollen wir Ressourcen dann ausgeben, um Punkte zu erlangen. Es klingt einfach, ist es am Ende auch. Ein sehr cooles Element in dem Spiel, finde ich, sind die Bewohner mit ihren Fähigkeiten, die man aktivieren kann. Da gibt es ja permanente Effekte, es gibt sofort Boni oder es gibt Wenn-Dann-Effekte, sag ich mal. Und die Effekte sind zwar nicht so kompliziert, die sind relativ einfach gehalten, sodass Gelegenheitsspieler auf keinen Fall überfordert sind, aber mit den richtigen Kombinationen lässt sich dann doch was reißen. Also man kann dann doch den einen oder anderen Siegpunkt mehr machen, wenn man die richtige Kombination sich gekauft hat. Und dann ist da ja noch der verdeckte Beat-Mechanismus um die Aktionsreihenfolge. Den finde ich wirklich sehr gelungen. Im Grunde genommen steht man jede Runde erneut vor der Entscheidung, ob ich jetzt den Vierer oder Fünfer Abgesandten doch auf dem Boot lasse, um mir eine Runde Fische zu gönnen und dabei vielleicht das Nachsehen in der Aktionsreihenfolge habe. Aber tatsächlich ist das gar nicht so schlimm, wenn ich dann auch mal nicht als Erster bei den Aktionen dran bin, denn jede Aktion fühlt sich wirklich positiv an, keine davon fühlt sich negativ an. Wenn ich dann aber doch mal als Erster dran bin, dann fühlt es sich wirklich sehr belohnt an. Dann bekomme ich tatsächlich noch Punkte, vielleicht durch ein Dekret. Ich bekomme noch eventuelle Boni, weil ich die Region gewonnen habe. Und die Aktionen fühlen sich dann einfach sehr stark an, wenn man zum Beispiel zwei Bewohner kaufen kann oder zwei Geistern huldigen kann. Das lohnt sich dann natürlich nur, wenn man die entsprechenden Ressourcen auch parat hat. Aber wenn man im richtigen Moment die Region gewinnt, kann man wirklich viel rausreißen. Dadurch, dass ich auch mehrere Abgesandte auf einer Region haben kann, kann ich mich auch mit den niedrigeren Abgesandten auf die eine oder andere Region fokussieren und dort trotzdem die Region gewinnen und in der Spielereihenfolge ganz vorne sein. Dann kommen wir noch zu einem Negativpunkt und das ist die unterschiedliche Skalierung bei unterschiedlicher Spieleranzahl. Diese ist nämlich quasi nicht vorhanden. Das Spiel funktioniert wirklich gut bei drei oder vier Spielern. Bei weniger als drei Spielern wird aber auch in der Anleitung schon empfohlen, ein Automa hinzuzufügen. Das ist ein Bot, der kartengesteuert ist, der dann diese Nicht-Skalierung auf dem Spielbrett ausgleichen soll. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Automa und deswegen muss ich auch sagen, dass ich das Spiel nicht empfehlen kann, wenn man es mit weniger als drei Spielern spielen möchte. Doch für wen ist dieses Spiel nun geeignet? Für vier Spieler ist der Reiz wahrscheinlich nach ein bis zwei Partien verflogen, aber ich glaube, dass Gelegenheitsspieler hier dauerhaft auf ihre Kosten kommen können. Alles in allem ist Buru für mich ein wirklich sehr gelungenes Familienspiel, also ein Familienspiel plus, bei dem es auch einige Mechanismen gibt, die für vier Spieler wirklich interessant sein könnten. Also Daumen nach oben. Das war es mit dem Fazit und der Anleitung zu Buru. Ich habe hier die Deluxe-Variante benutzt, die mir netterweise von Kobold-Spiele-Verlag zur Verfügung gestellt wurde für diese Rezension. Das gibt es aber auch in der Standard-Version, da sind die Komponenten noch ein bisschen weniger groß, sag ich mal, ein bisschen weniger üppig, aber es sieht trotzdem toll aus. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Kommentar von euch hier unter diesem Video freuen, wie euch dieses Video gefallen hat und vor allen Dingen auch, ob euch dieses Video hilfreich, ob das hilfreich war für euch, dieses Video und was ich vielleicht noch machen könnte, um solche Reviews für euch noch hilfreicher zu gestalten. Ich möchte natürlich, dass ihr hier die bestmöglichen Informationen aus den Videos zieht und ja, zu entscheiden, ob ein Spiel was für euch ist oder eher nicht. Und ja, das ist das quasi das Wort zum Sonntag und ja, natürlich brauche ich jetzt noch eure Unterstützung. Gebt mir also gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos hier auf diesem Kanal mehr verpasst und ihr immer direkt draufklicken könnt, um instant diese coolen Videos hier zu gucken. Naja, und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hätte hier nämlich zwei Vorschläge. Hier oben ein Video, ein Gespielt-Video. Das ist ein Format, bei dem ich immer fünf Spiele vorstelle, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.